Einfach an die Tasche klemmen, Waldkraut beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Bestiarium enthalten zusätzliche Informationen zu Monstern, darunter auch Tipps und Strategien wie man ihrem am besten vorbei kommt. Ok, gut, dann haben wir die Greifen, aber ja, alles klar. Ok, die ganzen Sachen kann ich wohl herstellen, wenn ich das richtig sehe und verstehe. Na gut. Ach verdammt, jetzt habe ich getrunken. Na, ich wollte erst so der Madame. Ok. Komm, ich reite da mal hin, ich will mal was von der Wild hier sehen. Bisschen beiseite geschoben da. Den Axtmann. Das war echt cool, also mit Uhrzeit, wie die Wetterfüllnisse gerade sind, ob es Tag ist und diese Einzeichnung, das ist geil gemacht. Mie, mie. Mie, mie. Chris? Was gibt es denn hier so? Was ist passiert? Monstern, Monstern aus dem Schwamm. Die Leute sagten, die Straße war mit Peril, aber ich würde nicht hören. Ich habe jetzt meine Geheimnisse. Mie, die Leute sagten, mehr Details. Was ist passiert? Und wie kann ich helfen? Und, du weißt, ich arbeite nicht für frei. Wichter's Code und alles. Gut. Genau. Ich war jetzt auf die Bilanchen um zu beten, um verabschieden. Jungs verabschiede mich. Aufetrachtung, mein Fahrzeug schluckabschied stand. Wiederabschiedete, fliegt heraus. Wir sind die Runde. Ich fang, wohnte, und der вполне langscht heimlich ist. Dann ich höll, schifte, bliegel, schreie, schreie. Und, um etwas fliegt, wurde aus der Reise. Ich versuchte Asher, die Gewöne und alles. Natürlich noch meine Güterfüllung zu sein. Gut, ich suche nach deiner Fachtel. Quest Verfolgung. Ich schaue die Fachtel. ah kart tracks rote into the swamp here's the cart karts riddled with arrows interesting i should take a look around karts riddled with arrows square in the neck good shot either the merchants got serious memory problems or he's lying must be that box you mentioned splattered with blood human blood human blood viele kräuter es gibt es aua scheiß ween k 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 Meine Güte, ey, hab ich noch fast draufgegangen, ey. Ich hab dich durchschaut. Ich hab dich durchschraubt, mit einem Schreiber, mit einem Schreiber, mit einem Schreiber in den Händen. Ich habe nie gehört, dass ich einen Droner oder ein Wasserhack verwende, um einen Bogen zu benutzen. Schau, hinter dir! Ich habe nichts hinter mir. Ich bin ein Wüter, ich habe es gehört. Wie ich dein Herz hören kann. Die Wüter schreien, wie ein Schreiber. Ich hoffe, dass du besser ein Schreiber bist, als ein Schreiber bist. Was ist denn ein Affe, ey? Ich lüchte erstmal rum. Ich bin tot? Warum das denn? Okay. Letztes Spiel schon laden. Ich wurde doch irgendwie gerade von Bienen gestochen. Und bin ich gestorben. Scheiße, ey. So, jetzt noch mal reden, hier. Oh, und? Du findest eine Schreiber? Ich hab dich durchschraubt. Ja, du findest du präzglasen Schreiber. Und du hast mir nichts hinter mir. Schau! Ich hoffe, dass du einen besseren Schreiber bist, als ein Schreiber bist. Niemand kann mir einen kommentarieren. Flucht aus dem Kampf. Wenn ein Kampf zum Sprich ist, kannst du flüchten, um deine Haut zu retten. Halte X, ach Halte X, Halte A gedrückt, um während eines Kampfes zu sprinten. Woe, der Roach! Alter Dreckzack! Der Wohr! 2nd Regiment. Disbanded, but still active, underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've merely ill among us. You let me go, and they might live and fight once more for a free north. You can go, but I'm keeping the medicine. Nilfgaard will find you and kill you anyways. Why should it go to waste? Take it. And choke on it. Help me! Help me! Help me! Help me! Help me! Was ist denn hier los? Ich möchte erstmal mich hier kurz äh... retzen, sag ich jetzt mal. Please, don't hurt me. Nein, ich tu dir nichts. Sie können mich kurz hier heilen. Und ich tu mir mal ganz kurz futtern, äh... Futter... in die Leiste reinpacken. Ach, ist schon automatisch. Okay. Das ist natürlich... super. Ich nehme mir erstmal den da vorne jetzt vor. Hä? Wo ist denn der hier? Hehe. Okay, ich denke, das ist einfach nur Nahrung, die man aufheben kann. Aha. Du Affe, du. Alles nehmen. Je. Kräuter. Ich nehme mal Kräuter mit. Ich denke, das ist einfach nur so da, damit man weiß, okay, da kann man vielleicht was nützliches zum Braten aufheben. Das ist cool. Komm, wer fährt. Ich hab keinen Bock zu laufen. Ja komm. Du blitze, du. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Da haben wir schon mal eine Nebenquist. Erledigt. Oh, was ein... Was ein Drecksack. Freak. Nein. Die hüpfen. Mal parken in den Blumen. Hallo. Oh. Not at all. Tell me the Begertick. It's the... Red bloom. Well, well. One versed in herbs. Probably saying too much. But I know a bit. For instance that Begerticks poisonous. In large doses. Small ones sweet pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. War das der Greif? Ich würde den Raffen, es wird keine Herren vor mehr geben. No more Victims after I do. There will be of course. With the Griffon gone, others will kill in its stead. Monsters, or men. So what do you think I should do? Find a trade. I don't think you can change anything. Ich brauche Kreuzdorn. Wer kann jetzt die Bauten auf einem Griffins-Hud? Kapitän Peter sah... was... 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 Ah, gut zu wissen, dass die schwarzen sind für unsere Wettbewerbs. Hm, Hauptmann Peter liegt wirklich etwas daran. Nilfraat mag Ordnung. Ja, das ist der erste. So. So ein wenig weiterer Letztes, um wieder zu attacken. Ich glaube, wir könnten eine interessante Gespräche haben. Vielleicht nächstes Mal. Oh, 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 oh. Feser, du bist. Ich gehe erst einmal kurz die Kräuter besorgen. Ach ja sicher Junge. Ganz schön wenig heute. Mach ich so direkt ne Quiz. Geh so direkt mal gucken was hier los ist. Hallo? Eine alte Frau? So I grabbed me pan for protection see. But he just asks all polite. Gran, got any birch bark by chance? Leilet berries or even a few coals? So I gave it to him. Faszinierende Geschichte in der Tat. Interessant was geschah dann. Interessant. What happened then? Before dawn. Another rode up to the hut. But come then, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse. And that were all I saw of him. And me pan. Twere old. Black with sort. Not worth much I suppose. For I've no other. Would you love me dearly.